get leon his ex ok und ich habe jetzt den besiegt da oben ist sind es fünf level ja ein fünfer ab habe ich jetzt gekriegt wow ok er sollte hier verschwinden die eisen noch ein oder er aber der rest müsste jetzt schmelzen you managed to slay quill if richard came will be pleased to hear this yo wo 50 lebenspunkte von so einem fisch sehr schön dann sammeln wir die noch ein und sind jetzt ach ja jetzt sind wir wieder hier ja gut wir können jetzt noch mal den storage rum also in den pump umgehen der ist ja hier gleich da oben in der nähe des teleporters genau hier durch der hoch naja und hier wird fleißig abgepumpt kumpel der water level ist much lower ja ist er auch wir können ja mal nochmal einmal ganz kurz runter gucken ob sich was getan hat dann nehmen wir aber den bibliotheks weg der geht schneller also einfach hier drüben in die bibliothek hi welcome to the temple library ja das kennen wir alles schon und hier ist runter gebrochen aber ich nehme mal nicht an dass sich jetzt hier großartig viel getan hat naja so hier drüben nichts ich hatte ja echt die hoffnung so dass ich hier irgendwo ein teleporter finden könnte aber hier ist nichts hier sieht es hat ein bisschen komisch aus aus der mini map das war es aber auch schon und hier ist nichts zum hauen hier genauso wenig ja 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 Traveller realm elf Sanctuary sundock hm es wird mir nur noch die picke aus dem tempel und ja ich hab den man sieht an der seite bei den beim questzustand ich hab den ich hab killif besiegt und da wird er mir sogar angezeigt aber wie ich darüber komme das weiß ich immer noch nicht ich werde es herausfinden mit der zeit ich habe nämlich auch so das gefühl dass ich dann am schluss hier lande und hier an das erz und das upgrade komme so pump station pump station pump station naja weg nach oben sind wir übrigens schon wieder hier mein gott dann gehe ich von hier aus wie in den teleporter rein der ist ja da oben genau hätte auch anders drum gehen können so save hier mal kurz und der hat mir was zu sagen ich habe kill krimel only charant remains ja sehr schön ich habe für das habe ich auch immer noch nicht genug geld das würde ich es mal machen wie viel geben mir die vendor münzen jetzt 14 prozent rabatt hier hier das obwohl ich schon 30 stück von denen habe passage to the sun altar hier ok nützt alles nichts das ist immer noch die richtung aus der ich gekommen bin ich war go see richard kane nicht dekard kane sondern richard kane so das heißt wir können ich kann hier wieder rein und das ganze eis ist jetzt weg das heißt ich kann hier in aller seelen ruhe das zeug einsacken das problem ist da kann ich nicht durch das das heißt wenn ich auf die andere seite will muss ich wirklich einmal außen rumlaufen dann gucken wir nämlich mal kurz was wir auf der seite als dadurch befreit haben dadurch dass wir das eis geschmolzen haben da ist zum beispiel noch ein health up ein lebensupgrade also ein lebend neues da war der storage room get live on his eggs da brauchen wir nicht durch wir können ja außen rum gehen also die hier oben sind aggressiv die hier unten komischerweise nicht und ich glaube ab hier gab es gar kein eis das kam erst ab dieser stelle glaube ich ja gut das heißt wieder einmal außen um den strahl rum töten lassen vor dem strahl will ich mich nämlich jetzt gerade nicht unbedingt so dankeschön und da können wir einfach ne dadurch gehen können wir nicht weil da ist immer noch wasser im weg und das heißt hier zum save point und da müssen wir neue spiegel besorgen gehen hier oben wäre mal einer so so ok nächste pyramide aktivieren wir haben jetzt gerade mal zwei von sechs das hatte ich doch schon nein so nicht ok so 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 und so gut da ist das device das heißt ich brauche muss wirklich nur noch den einen spiegel drauf klatschen um das zu aktivieren so solar node activated sehr schön dann gehen wir hier oben lang und das da unten sieht mir doch fast schon ein bisschen suspekt aus so so noch ein erz und jede menge goldkäfer ist mir egal da heile ich mich jetzt dagegen mit zwei lebenspunkte pro sekunde na da ist wieder der so ein blöder frost magier wow au frost ist echt nervig als nahkämpfer so so euren sarkophag loswerden und nachdem das aktiviert ist müssten wir ok secret passage öffnen ja hm gut hier wäre der weg nach oben weiter ich frage mich echt was wir jetzt damit geöffnet haben ob wir damit irgendwas besonderes und tolles geöffnet haben oder ob das einfach wirklich nur für den weg weiter war mal hier ist ja auch nichts zu sehen was wir tolles geöffnet haben können ich glaube das war wirklich nur für den weg weiter ok ok einmal daschen dann gehts schneller das heißt wir können ins nächste gebiet übergehen tempel of the sun nächster floor hallo wow mumien du musst erstmal weg sonst nervst du von da hinten bloß und so das mana entzugs banner weg und weg mit dir und fertig ein teleporter naja teleporter habe ich immer gerne könnte sogar der teleporter sein den ich suche da habe ich jetzt nicht aufgepasst das ist nicht gut mich ein kesseln lassen zwischen lauter bösen mumien oh nö ah du nervst ich hasse die eis eisschleuderviecher da oben wirklich nicht nur ein bisschen sondern wirklich sehr so das ding ist weg wow au ok wenn sie böse sind steuern sie Feuerkugeln die ich nicht blocken kann so da ich gehe einfach erstmal hier oben lang sammle den silberschlüssel ein ähm töte euch lila sieht komisch aus und da wäre die spitzhacke pickaxe pickaxe wow achso du bist mana entzugs hey au oder is oder Bis zum nächsten Mal.